Wenn es dunkel wird, wagt sich das Wild aus den Verstecken. Doch Nachtsichttechnik macht es wie hier für den Menschen sichtbar. Das erhöht die Chancen für die Jäger und erst recht für illegale Wilderer. Man muss schon enorme kriminelle Energie haben. Immer öfter streifen sie durch fremde Reviere und machen skrupellos Beute. 31. Januar 2022. Die jungen Polizisten Jasmin Buchs und Alexander Kloos werden brutal erschossen, nachdem sie bei Kusel zwei Wilderer auf ihrem Raubzug ertappen und ihr Fahrzeug kontrollieren wollen. War es wirklich ein Doppelmord? Nur wegen ein paar Hirschen und Rehen? Noch am gleichen Tag verhaftet die Polizei einen Verdächtigen, Andreas S., 38 Jahre alt. Sein Ausweis wurde bei der getöteten Polizistin gefunden. Wilderer kennen die meisten eher aus alten Heimatfilmen. Manche wurden sogar als gesetzlose Wildschützen zur Legende. Und wie ist das heute? Wilderei ist nicht ausgestorben, im Gegenteil. Ein echter wilderer König ist Felix Laubhuber. Er pirschte jahrzehntelang illegal durch Wald und Flur. Er war süchtig nach den schönsten Trophäen. Es ist wirklich ein Kick, einen gewissen Gansbock oder einen gewissen Hirsch umzulegen. Es ist keiner gezwungen zu wildern, da steckt was anderes dahinter. Da steckt meistens eben diese Lust am Schießen, am Töten. Es spielt da eine große Rolle. Was sind das für Menschen, die heimlich auf Tiere feuern und manchmal sogar vor Gewalt gegen Menschen nicht zurückschrecken? Wir wollen diese finstere Szene erkunden. Der Tatort des Polizistenmordes. Die Kreisstraße 22 bei Ulmüt im Pfälzer Bergland. Hier treffen wir Georg Altherr. Er ist Polizeireporter und stammt aus derselben Region wie die beiden Opfer. Deshalb beschäftigt ihn dieser Fall ganz besonders. Er fragt sich, wie konnte es nur dazu kommen, dass hier zwei junge Beamte getötet wurden? Es ist wirklich so, dass es mir doch noch mal sehr nahe geht. Ich war bei mehreren Trauerfeiern, ich war bei der Beerdigung in Freisen, bei der Beerdigung des Polizisten, wo man dann auch die Angehörigen und Freunde sieht, was schon sehr trifft. Und ich war auch in Kusel in der Stadtkirche, als sozusagen die Gemeinde Kusel Abschied genommen hat. Das hat mich auch sehr berührt. Man hat gemerkt, das ist eine aus unserer Altersgruppe, vielleicht ein Fußballkamerad. Das ist schon nahe gegangen, aber jetzt hier heute auch noch mal am Tatort zu stehen, ist, tut auch noch mal weh. Den kleinen Ort Ulmüt hat die Tat schwer erschüttert. Viele Bewohner fühlten sich hier immer sicher in einer heilen Pfälzer Welt. Verbrechen? Das war ganz weit weg. Auch für die örtlichen Jäger. In der Jägerschaft war ja die vorherrschende Meinung, Wilderei gibt es bei uns nicht. Und die Polizei hat schon immer gesagt, Wilderei hat es schon immer gegeben und die gibt es auch. Wilderei gibt es auch. Und die hat es halt an der Straße gemacht, ganz einfach hier. Rechts drüber Übungsplatz. Und wenn sie mal nachts da hochfahren oder am Abend, da wechselt schon wild. Mir hat schon zweimal der Oberdammhirsch vor dem Auto gestanden. Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, was mich ja so maßlos schockiert, ist die Brutalität, wie der, die zwei Polizisten da erschossen haben. Wenn er keinen Skrupel hat? Nee, der kann keinen Skrupel gehabt haben, weil es so, also mit solch einer Brutalität so tatsbegeht, das ist also, das ist unglaublich. Mich hat eine Frau angerufen am nächsten Morgen, die hat geweint, die, wie sie gehört hat im Radio, was da nachts passiert ist. Und die hat also diese Schüsse auch gehört und hat, hat das Auto auch wohl fahrend gehört und dass da irgendwas gequietscht hat und geklappert hat an dem Auto. Und der ist das also ziemlich, war eine ältere Frau, der ist ziemlich nachgegangen. Es trifft sie, dass solche Verbrechen auf alle Jäger zurückfallen, mit den üblichen politischen Reflexen. Der Schrei nach Verschärfung vom Waffericht war ja auch wieder da, obwohl mir das schärfste Waffericht dann, was man sich überhaupt in Europa nur so vorstellen kann. Und trotzdem kommt dann immer als allererstes eine Verschärfung vom Waffericht. Das ist das, was immer gleich so eine Augenwischerei, wir müssen das Waffericht verschärfen und ist überhaupt nicht nötig. Wenn einer illegale Waffe will, haben die Krieg da. Der Verdächtige Hürtmann soll verbotenerweise die Jagdwaffen seiner Ehefrau benutzt haben, weil er keinen Jagdschein mehr hatte. Dienstag, 21. Juni, Prozessbeginn vor dem Landgericht Kaiserslautern. Reporter Georg Alther verfolgt seit Monaten die Spuren des Hauptbeschuldigten. Das ist genau der Punkt, auf den ich jetzt selbst gespannt bin, wie es mir da ergeht, wenn ich die mutmaßlichen Täter dann zum ersten Mal dann auch direkt sehe. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 39-jährigen Hauptangeklagten einen zweifachen Mord vor, im Zusammenhang auch mit einer versuchten Tötung. Das soll aus Habgier oder auch mit Verdeckungsabsicht geschehen sein. Aus Habgier, weil er seine Beute, seine Jagdbeute sichern wollte und zur Verdeckung der versuchten Tötung zum Nachteil der Polizeianwärterin. Andreas S., in der Roten Hose, soll laut Anklage der Mörder sein. Sein wilderer Komplize Florian V. wurde wegen fehlender Fluchtgefahr aus der U-Haft entlassen. Ihm wird gewerbsmäßige Wilderei und versuchte Strafvereitelung vorgeworfen. Andreas S. schweigt zu den Vorwürfen. Doch er lässt seine Anwälte eine überraschende Erklärung verlesen. Sein Jagdgehilfe Florian V. habe demnach die Polizistin ermordet. Er selbst habe nur in Notwehr auf ihren Kollegen geschossen, als der mit der Dienstpistole auf ihn feuerte. Der Verteidiger des Jagdgehilfen zeigt sich unbeeindruckt. Er hatte mit solch einer Wendung gerechnet. Weil das die einzige Möglichkeit ist, Schuld von sich abzuwälzen, ein erfolgloses Bemühen. Aber es war vorhersehbar. Es waren nur zwei Personen am Tatort. Wenn er es nicht gewesen sein will, muss er ja sagen, dass es jemand anderes war. Reporter Georg Altherr konnte bei der Verhandlung den Hauptangeklagten zwei Stunden lang beobachten. Als er reinkam, habe ich ihn mir genau angesehen. Er war fahl. Also jetzt blass, nervös hatte ich den Eindruck. Und indem er sich breitarmig dann hingesetzt hat, hat er sich dann langsam gefasst. Und als sein Verteidiger dann diese Tatversion vorgelesen hat, hat er den Eindruck zu vermitteln versucht. So war es jedenfalls bei mir, als wäre er den Tränen nahe. Aber das habe ich als gespielt empfunden. Andreas S. Er soll die beiden Polizisten erschossen haben. Der Saarländer, Vater von vier Kindern, führte eine Bäckerei in fünfter Generation. Doch dann ging er in Konkurs. Er selbst spricht von zwei Millionen Euro Schulden. Als er 2020 den Jagdschein verlor, begann er zu wildern und entdeckte den lukrativen Handel mit Wildfleisch. Bis zu 10.000 Euro Umsatz soll er damit nach Polizeiangaben im Monat gemacht haben, war sogar in französischen Restaurants ein geschätzter Lieferant. Wir wollen mehr wissen über diesen Andreas S. Im saarländischen St. Ingbert treffen wir uns deshalb mit Manfred Spikowitsch. Er hatte hier im Forst das Jagdrevier von Andreas S. übernommen. Unter Jägern kennt man sich. Es gab etliche Gerüchte über Andreas S. und seine Geschäfte. Aber Spikowitsch schätzt ihn anfangs als etwas speziell, aber korrekt ein. Ich habe den einmal kennengelernt bei einer Drückjagd des Saarforstes. Da war der, würde ich sagen, sehr auffällig, mit einem langen grünen Mantel, einer Fuchsfellmütze und hat damals auch Kuchen verteilt an alle Jäger. Das war so meine erste Begegnung mit ihm. Und ich gestehe auch, der erste Bock, den ich hier geschossen habe, den habe ich ihm damals auch verkauft in seinem Wildhandel. Er hat mir auch geholfen, die Trophäe zu machen. Also das waren so meine Kontakte zu ihm. Korrekte Jäger wie er schießen vielleicht ein Stück wild im Monat. Andreas S. soll bis zu 100 Rehe, Wildschweine und Hirsche in einer Woche gebildert haben. Kann er uns das erklären? Kann nicht die Versorgung mit Nahrungsmitteln sein. Weil, nochmal, in Deutschland glaube ich nicht, dass das ein großes Problem ist. So gar nicht für ihn. Sondern, dass das einfach Profitgier wahrscheinlich war, dass man da einem Geld verdient. Das eine und das zweite wahrscheinlich diese Versessenheit auf Waffen und Töten. Warum nur könnte sich Andreas S., wie ihm die Anklage vorwirft, innerhalb von Sekunden dazu entschlossen haben, zwei Polizisten zu erschießen? Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Ich dachte mir, wenn er das tatsächlich schon so lange und so professionell abwickelt, dann hat er wahrscheinlich auch eine hohe Meinung von sich selbst. Und war fast unbesiegbar. Und dann wurde er quasi durch Zufall in eine Verkehrskontrolle verwickelt. Und dann plötzlich bricht dieses Kartenhaus zusammen. Jetzt fliegt alles auf. Ich bin dann nicht mehr der große Held. Und dann vermute ich mal, dass das so eine Art Kutschlussreaktion war. Wobei man sowas ja kaum erklären kann. Aber das ist einfach verrückt. Je näher wir uns mit dieser Welt befassen, desto mehr stellen wir fest. Wilderei gehört in Deutschland zum Alltag. Rund 1000 Fälle pro Jahr gibt es laut Kriminalstatistik. Aber die Dunkelziffer, so sagen die Jäger, sei um ein Vielfaches höher. Zurück in Ulmett, wo Andreas S. kommerziell wilderte. Unglaubliche 22 Hirsche und Rehe soll er in der Tatnacht im Auto gehabt haben. Wie ist es möglich, solche Mengen wild unbemerkt zu schießen? Von den Jägern in dem kleinen Ort können wir vielleicht mehr darüber erfahren. Das Pfälzer Bergland ist ein wildreiches Naturparadies. Aber deshalb auch ein Eldorado für Kriminelle schützen. Kreisjagdmeister Bernd Klink aus Ulmett zeigt uns die bergige Landschaft am Rand des Truppenübungsplatzes Baumholder. Das Areal, in dem Andreas S. und sein Kompliz offenbar ungehindert wildern konnten. Hier auf diesen abgelegenen Straßen sind die Täter nächtelang unterwegs gewesen und machten ungestört Beute. Wildern ist üben, wenn man es schlau macht, meiner Ansicht nach überall ziemlich leicht. Bei uns, wenn hier ein Schuss fällt auf der rechten Seite, das ist ein Truppenübungsplatz. Und da wird keiner danach fragen, wo kam der Schuss her? Der kam vom Truppenübungsplatz. Das wussten die Täter genau. Und sie wussten auch, dass sie in dieser einsamen Landschaft viel Wild finden würden. So, und hier geht es auch vom Wald ins Feld. Sehen Sie ja, das ist ein ganz kleiner Bereich. Und wenn ich hier entlangfahre nachts und habe eine, sagen wir mal, Wärmebildkamera, da leuchtet ich da rein und da sehe ich genau, was da drin ist. Wie das geht, wird er uns in der nächsten Nacht zeigen. Der Tatort. Reporter Georg Alther ist noch einmal hergefahren, um den Tatablauf zu rekonstruieren. Laut Anklage sollen die Täter auf der Suche nach Beute mehrfach diese Straße langsam auf- und abgefahren sein. Er hat sich dann hier mit dem Wagen hingestellt, muss vom Auto aus dann auf Wild geschossen haben. Und sein Kompagnon oder Helfer hat dann das erlegte Wild beigezogen zum Wagen und offenbar auch noch an Ort und Stelle ausgenommen. Den Polizisten fiel der Wagen voller Wild auf. Jasmin Buchs kontrollierte die Papiere. Dann hat sie nach dem Jagdschein verlangt. Dann hat er gesagt, den muss ich im Auto holen. Ging zum Auto, hat wohl die Schrotflinte geholt und hat wohl unvermittelt auf den Kopf der Beamtin gezielt, die dann zusammenbrach. Und dann hat der ein Jagdgewehr geholt, Bergara, wo man so kippt und nachlädt und hat dann dreimal nochmal auf den Polizisten geschossen. Und der dritte Schuss traf ihn dann auch in den Kopf und war dann tödlich verletzt. Nachdem er dachte, er hätte den Polizisten getötet, muss er nochmal zu der Beamtin herangetreten sein und hat die durchsucht, weil er die Papiere nochmal haben wollte. Und dann hat er die durchsucht, hat gemerkt, dass sie entgegen seiner Erwartung noch gelebt hat und hat sie dann nochmal mit der Schrotflinte in den Kopf geschossen. Am Abend treffen wir uns wieder mit Kreisjagdmeister Bernd Klink. Er ist kein Nachtjäger, aber er wird uns zeigen, wie die Wilderer ausgerüstet waren und wo sie geschossen haben. Ein Kollege zeigt uns Videos aus seiner Wärmebildkamera. Besonders Dammwild, eine mittelgroße Hirschart, ist hier sehr häufig. Man sieht sie viel öfter als Rehe oder Wildschweine. Die Chance, dass man hier Wildschweine sieht, ist sehr hoch. Die Nachtsichttechnik zeigt die Infrarotstrahlen, die das menschliche Auge nicht wahrnehmen kann. Das ist eine Wärmebildkamera, die zeichnet mir die Wärme auf von Objekten, die sich da jetzt im Feld bewegen. Das kann ich hier mit der Wärmebildkamera relativ gut erkennen. Und ich sehe auch, was es also ist, was es für eine Wildart ist. Schwarzwild oder Rehwild, Dammwild. Ich kann auf gewisser Entfernung sogar eine Mauslaufen sehen. Oder einen Fuchs. Fast zwei Dutzend Tiere sollen die Wilderer in der Tatnacht erlegt haben. Bernd Klink hält es für sehr schwierig, in einer Nacht so viele Tiere zu schießen. In der Entfernung, in der sich das Dammwild da befindet, wäre es also sehr, sehr weit. Mit 250, 300 Meter ist es keine Option, nachts irgendwo auf etwas zu schießen. Da bin ich mir sicher, da sind Fehlschüsse vorprogrammiert. Also es müsste dann schon anders gehen. Wir müssen einen anderen Weg finden, um an das Dammwild dran zu kommen. Wir sind jetzt im guten Wind. Wir sehen, es ist vertraut, es bleibt stehen, es äst, zieht langsam rauf, auf und ab. Dann könnte man es eventuell unter gutem Wind angehen und würde da auch einen gezielten Schuss drauf abgeben können. Für Andreas S. bedeutete jedes tote Stück wildbares Geld. Auch das trieb ihn wohl an. Man muss schon, ja, enorme kriminelle Energie haben, Jachtverstand. Und ja, man muss da ein bisschen als Wilderer, denke ich mir, also sicher auch ein bisschen in eine andere Materie reindenken können, wie ein Anführungszeichen normaler Jäger, der also jagdliche Grundsätze annimmt. Das macht ja ein Wilderer nicht. Der geht ja mit krimineller Energie vor und das macht kein Jäger. Über eine Stunde lang bewegen wir uns ganz offen in dem Gelände, sogar zwischen dem Wild. Keines der Tiere stört sich daran. Da fahren jetzt Autos vorbei, die sehen, dass wir hier auf dem Feld rumhantieren oder so. Aber es ist nichts passiert, es hat keiner angerufen und es interessiert niemand was, was wir jetzt hier machen. Das sind ideale Bedingungen für Wilderer. Aber wie konnte es passieren, dass zwei Menschen ihr Leben verloren? Ist es vom Schuss auf Tiere bis zum Schuss auf Menschen wirklich nur ein kleiner Schritt? Gibt es vergleichbare Fälle? In Norddeutschland ermittelte die Polizei 1991 gegen einen Wilderer. Auch daraus entwickelte sich eine furchtbare Tragödie. Zunächst aber zum Fall der seit Samstag vermissten Polizeibeamten Andreas Wilkending und Jörg Lorkowski aus Holzminden. Beide sind heute früh ermordet aufgefunden worden. In Wiesbaden besuchen wir die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen. Sie hatte 1991 für den Spiegel über den Fall berichtet. Auch Andreas S. war in ihren Augen auf einem Weg in die Gewalt, der in einer Katastrophe enden muss. Die Parallele ist darin zu sehen, dass Menschen, die wildern und sich damit ja außerhalb der Gesetze bewegen, also Gesetze ganz bewusst verletzen, da steckt meistens eben diese Lust am Schießen, am Töten, spielt da eine große Rolle. Man macht es nicht innerhalb der Regeln, die für die Jagd gelten, sondern man schafft sich eigene Regeln und stellt sich außerhalb. Zwei Polizisten aus Holzminden sind Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Der Täter lockte die Beamten mit einem falschen Notruf an den einsamen Parkplatz und erschoss sie. Man war natürlich entsetzt über diese Tat. Nicht nur im Umkreis der Familien, sondern auch weit darüber hinaus. Denn, dass zwei völlig unschuldige, nichts ahnende junge Polizeibeamte in Ausübung ihres Dienstes einfach so niedergemäht werden, einfach abgeknallt werden, das hat die Menschen natürlich erschüttert. Und dann waren das zwei junge Männer, die waren beide verheiratet, beide hatten sie kleine Kinder. Das war ein Elend, ohne, also unbeschreiblich. Das Sonderkommando der Polizei schlug gestern Abend während der Übertragung des Fußball-Länderspiels zu. Drei Brüder wurden als Verdächtige verhaftet. Der Ältere gab zu, den Mord nach einer wilderer Tour spontan geplant zu haben. 14 Mal hatte Dietmar Jüschke mit einem Schnellfeuergewehr auf die Polizisten geschossen. Dieser Älteste der Brüder war ein unruhiger Mensch, irgendwie ein Getriebener. Es war bekannt, dass er fixiert war auf die Jagd, auf Waffen, er wollte immer Waffen haben. Und er hat ja mit seinen Brüdern dann auch einige Überfälle auf Kasernen oder Munitionsdepots gemacht, nachdem man ihm sowohl den Jagdschein entzogen hatte, als auch die Waffenbesitzerlaubnisse und auch den Führerschein weggenommen hat. Er ist mehrfach wegen Wilderei angeklagt und auch verurteilt worden. Also das ist ein Mensch gewesen, der schon sehr auf vielen Ebenen eigentlich sich außerhalb von der Gesellschaft bewegt hat. Und Regeln waren für ihn, also galten für ihn nicht. Dietmar Jüschke wurde zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Heute will sich keiner der damals Beteiligten von Polizei und Justiz mehr vor unserer Kamera zu dem Fall äußern. Auf alle unsere Anfragen erhalten wir Absagen. Das ist so tief eingeschliffen, diese Empathielosigkeit gegenüber anderen Menschen, dieser Drang, etwas zu machen, was man will, ohne darüber nachzudenken, was das für andere Menschen vielleicht bedeutet. Und ob das noch legal ist oder nicht legal ist, das ist da völlig egal. Es ist wirklich egal, die solchen Menschen. Und daher kann ich es gut nachvollziehen, dass er weiter sitzt und dass alle, die damals an dem Prozess beteiligt waren, wahrscheinlich bei dem Gedanken erschaudern, dass er wieder auf freien Fuß kommen könnte und sich dann möglicherweise an ihnen rächen würde. Juli 2022. Polizeireporter Georg Alther ist weiter auf den Spuren von Andreas S., dem Hauptangeklagten beim Polizistenmord von Kusel. Hier, nahe dem Hundeheim von Spiesen, soll er 2017 vom Jagdpächter beim Wildern erwischt worden sein. Ein Jäger sagt aus, er habe beobachtet, wie Andreas S. auf dieser Wiese ein Reh illegal schoss und wollte ihn zur Rede stellen. Also der Andreas S. soll dann in seinem Bäckerwagen von da hinten gekommen sein an dem Abend und der Zeuge hat ihn gesehen und sieht, dass das Auto hier kommt. Dann rennt er hier rüber über die Wiese, springt über den Graben und stellt sich dem Andreas S. in den Weg und versucht ihn anzuhalten. Der macht aber nicht langsam, sondern im Gegenteil, drückt aufs Gaspedal und der Zeuge sagt, er hatte dann richtig Angst, überfahren zu werden und springt dann im letzten Moment in den Graben und weicht aus. Und in dem Moment, sagt er, hat er ihn auch eindeutig erkannt. Vor Gericht hat sich der schweigsame Angeklagte inzwischen zu einem redseligen Selbstdarsteller gewandelt. Ja, es ist ein, ich würde mal sagen, sehr ungewöhnlicher Mensch. Also ich habe sowas in der Art noch nicht erlebt. Er hatte ja in der Untersuchungshaft viereinhalb Monate geschwiegen und jetzt sagt er auf einmal aus, es sprudelt förmlich aus ihm heraus. Es gab einen Prozesstag, an dem er über sechs Stunden aus seinem Leben erzählt hat und berichtet hat. Er springt auf, er schreit im Gerichtssaal, er stellt Szenen nach, weint, schluchzt. Und Persönlichkeitsbild ergibt sich für mich durch die Aussagen vor allem von zwei Jägern, die sagen, sie seien enge Freunde von ihm gewesen bis zur Tat. Also beide haben mit ihm gebrochen und die stellen ihn dar oder schildern ihn als sehr egozentrisch. Er muss immer im Mittelpunkt stehen, er ist der beste Schütze, er ist der beste Jäger, er ist der beste Allesmögliche. Und der eine der beiden zwei, ehemals bester Freund sozusagen, hat Angst vor dem Andreas S. Also der hat Angst, fürchtet um sein Leben. Ortswechsel. Das Bayerische Landeskriminalamt führt seit Jahrzehnten einen harten Kampf gegen Wilderer. Hauptkommissar Ludwig Waldinger kennt ihre Strategien, ihre Waffen und ihre Gefährlichkeit. Und vor allem weiß er, Wildern ist keine Folklore. Wilderei ist kein Brauchtum. Wilderei war auch nie Brauchtum. Wilderei war notwendig, um nachdem die Kirche und die Hohen Herren, sage ich mal, den Wald für sich und den Inhalt des Waldes für sich beansprucht haben, um zu überleben. Daraus wurde dann ein gewisser Brauchtum. Es gibt natürlich berühmte Wilderer, der Bayerische Hirsel, der Wildschütz Jennerwein. Das sind alles so Namen, die wurden verklärt. Aber die haben das ja auch nicht gemacht, um die Armen zu unterstützen. Und die haben das gemacht, um überleben oder um reich zu werden. Maßloses Leid richten die Wilderer mit Fallen und verbotenen Waffen an. Hauptsache es gibt Beute. Tierschutz war nie ein Thema für sie. Ja, früher wurden alte Waffen hergenommen, also Kleinkaliberwaffen, die man verstecken musste, die man einen Schalldämpfer hinmontiert hat, also zusammenklappbar oder zusammenschiebbar. Irgendwas wurde immer gemacht, das waren uralte Waffen. Heute macht man das nicht mehr. Heute nimmt man normale Jagdwaffen. Die Tarnung ist dann möglicherweise das Auto, mit dem man in den Wald fährt. Aber man nimmt moderne Waffen, die natürlich eine ganz andere Durchschlagskraft auch haben. Schleching in Oberbayern. Bekannt als Deutschlands Hauptstadt der Wilderer. Als hier 1919 der Hacker Sepp von einem Förster erschossen wurde, kamen zur Beerdigung 3000 Trauergäste und 12 Musikkapellen. Heute klagen die Förster hier immer noch über kriminelle Schützen. Auf seinem Hof treffen wir Felix Laubhuber. Man nannte ihn einst König der Wilderer. Mehrfach wurde er erwischt und verurteilt. Mit speziell für ihn angefertigten Wildererwaffen schoss er früher im Gebirge Hirsche und Gämsen. Das gehörte hier damals zum guten Ton. Nur wer wilderte, galt etwas im Ort. Dem Laubhuber und den anderen illegalen Schützen ging es vor allem um die Trophäen. Das Fleisch ließ man oft liegen. Ich bin mit so Leuten aufgewachsen, mit denen ich umgegangen habe. Dann probierst du es halt auch. Und es ist wirklich ein Kick, einen gewissen Gansbock oder einen gewissen Hirsch umzulegen. Als junger Mann war der Trend allgemein in der Gebirgsbevölkerung und so. Du musst deine Lederhose selbst schießen und es ist schon eine gewisse Sucht dahinter. Und man hat eigentlich die doppelte Freude, weil man den Kick hat vom Jäger. Da hat man nicht gesehen, wer der nicht erwischt wird. Wilderei war damals wie heute oft Tierquälerei. Doch unweitmännisch sind für ihn nur die heutigen Hightech-Jäger. Wenn ich heute höre, dass man eine Wärmebildkamera hat oder eine Wärmebildzieleinrichtung, da kann ich bei Stockfinsterer nachschießen und werden angefüttert. Oder ich sitze im Büro, dann sehe ich auf meinem Monitor, an der Wand steht ein Gans drin. Dann mache ich mir ein Bild voraufhin und schürze dich runter. Das nennt sich Jäger. Wilderer König Laubhuber vor 30 Jahren. Er war damals ein Star unter den illegalen Jägern. Mit ihm und seiner Wilderei hatte der pensionierte Hauptkommissar Dieter Stiefel damals als Waffensachverständiger beim LKA dienstlich viel zu tun. Ja, der ist immer wieder aufgetaucht. Hat ja auch, bei ihm war das ja auch so, dass er öfters mal der Polizei und den entsprechenden Sachverständigen schnippchen geschlagen hat. Da gibt es ja tolle Storys von einem Hirsch, den er heimgekarrt hat und in die Jauchegrube geworfen. Der hat es eigentlich immer verstanden, auch, trotz, man ist ja verurteilt worden, auch für seine Taten, aber auch immer wieder durch die Maschen des Gesetzes zu schlüpfen. Das war Laubhubers Wildererwaffe, speziell für ihn angefertigt. Für Kleinkaliber-Munition, mit der die Jagd aus Tierschutzgründen verboten ist. Das hier ist die Wildererpatrone, also eine typische Kleinkaliberpatrone im Kaliber 22 LFB, lang für Büchsen. Am besten kann man das, versuche ich mal zu erläutern, diese Patrone hat eine Bewegungsenergie, da kann man es nicht vieler vorstellen, aber von 150 Joule. Und die wird verwendet, zum Beispiel im Schießsport, Olympische Wettkämpfe. Und hierneben habe ich eine Patrone, das ist Kaliber 308, eine Standardpatrone für die Jagd. Und diese Patrone, diese Munition hat eine Bewegungsenergie von 3000 Joule. Das heißt also, wir haben die 20-fache Energie gegenüber der KK-Patrone. Bei der legalen Jagd, wie hier auf Dammwild, soll der Schuss sofort tödlich sein. Die Wildererpatrone verursacht aber meist nur schwere Verletzungen. Leider wird wirklich das beiseite geschoben, dass die ja aufgrund der ganzen Umstände der Tatbegehungen mit Kleinkalibermunition schießen, mit einer ganz, eigentlich für die Wildart unterdimensionierter Munition. Und oftmals ja nicht, die Treffenden nicht immer mit 100 Prozent, auch hier sehr tierschutzmäßig schwere Straftaten begehen. Und deswegen ist es ja so, dass man sagt, Mensch, da geht der Wilderer-König. Die haben dann im Dorf, in ihrer Gemeinde eine gewisse Hochachtung. Bei einer anderen Straftat wird jeder mit dem Finger zeigen, da läuft der Krimineller. Aber hier kommt der Wilderer-König. Polizeireporter Georg Altherr auf dem Weg zum Wohnhaus von Andreas S. Hier hat er mit Frau und vier Kindern gelebt. Er hat hier mit Fleisch gewirtschaftet. Hier stand ein Kühlanhänger, der voll mit Wild gewesen sein soll. Das war so ein Karlsberg, wo man normal denkt, das ist ein Bierwagen. Der stand hier und in dem grünen Fahrzeug da hinten, der war hinten voll mit roten Kisten, so wie sie auch die Metzger haben, um ihr Fleisch zu transportieren. Die Nachbarn, mit denen ich gesprochen habe, die haben sich vor allem geärgert über die ganzen Ratten, die hier waren. Also die haben heute zum Teil noch, der wohnt da hinten, ganzen Garten voll Ratten. Und im Prozess haben Polizisten, die durchsucht haben, ausgesagt, dass im Haus ein sehr unangenehmer Geruch geherrscht habe nach verwesendem Fleisch und sowas. Also im Flur, in bestimmten Räumen und auf der Terrasse standen zum Beispiel Plastiksäcke mit Fleischresten. Gut, es war Januar, da ist noch kühl, aber wenn sowas im Sommer da rumsteht, das ist ja furchtbar. Das ist ja wahrscheinlich ätzender Geruch. Warum hatte Andreas S. Zugang zu zahlreichen Waffen, obwohl er keine Lizenz mehr hatte? Seine Frau will sich dazu nicht äußern. Georg Alther sucht weiter nach Sporen von Andreas S. Hier im saarländischen Sulzbach soll er das erlegte Wild verarbeitet haben, auch nach der Tatnacht von Ulmet. Alther findet die Wildschlachterei von Andreas S. Ihn beschäftigen noch viele Fragen. Wohin hat er die Tonnen von Fleisch verkauft? Hatte er Komplizen und Mitwisser? Warum wurde er nicht strenger kontrolliert, obwohl man ihm schon zweimal den Jagdschein entzogen hatte? Für mich ist die Geschichte auch nicht vorbei, wenn das Urteil gesprochen ist, weil so viele Fragen offen sind. Wie konnte es soweit kommen? Die Behörden haben unglaublich geschlampt und tun das heute immer noch. Seit einem halben Jahr beschäftigt ihn die Tat und sie lässt ihn immer noch nicht los. Eigentlich gar nicht fassbar. Es ist so, dass bei mir ja auch eine gewisse räumliche Nähe zu den beiden Opfern besteht. Also die Polizistin hat im Nachbarort gewohnt, der Polizist in Freisen, wo ich oft zum Fußball war und wo ich auch Schulfreunde noch habe. Und insofern ist das sowieso nah. Aber die, ich sag jetzt mal, Grausamkeit, mit der die Tat verübt ist, das ist eine Dimension, die ich bisher noch nicht erlebt habe. Ganz sicher. Wir fahren nach Laichlingen bei Köln. Hier unterhält die Familie Heimes auf ihrem Grundstück ein Rotwildgatter mit etwa 30 Tieren. Das Wild ist beliebt bei den vielen Spaziergängern. Heinz Willi Heimes und sein Enkel Paul füttern die Hirsche jeden Tag mit altem Brot. Das Rudel wartet schon. Heimes ist kein Jäger und hält die Tiere nur als Hobby, um sich an ihnen zu erfreuen. Doch die zahmen Hirsche sind für einen Wilderer eine leichte Beute. Seit Januar 2022 leben die Heimes auf ihrem seit Generationen geführten Hof in Angst. Ein Unbekannter schießt nachts auf das Rotwild. Und drei Stück, also eins, was ausgeschlachtet worden ist. Ja, da hing auch noch die Schlaufe, hing noch über den Zaun, das spielte sich da oben ab. Und eins ist ganz weg und eins war angeschossen. Angeschossen in den Oberschenkel, also ziemlich tief über dem Gelenk da. Also hier in dem Waldstückchen haben wir den Kadaver gefunden. Der lag da oben hinterm Zaun. Alles rausgeschnitten, die guten Fleichteile und so. Dass das Fell einfach zur Seite geklappt hat, konnte man sehr gut sehen. Sauber aufgeschärft, wie man das sagen würde. Heinz-Willi Heimes erstattete sofort Anzeige gegen den unbekannten Schützen. Bisher ohne Ergebnis. Wenn ich morgens in das Gehege komme und liegen fünf Toter wegen einer Krankheit, dann ist es so. Aber weil es eben einer ist, der mit Waffe hier rumläuft, der muss weg oder der muss zur Verantwortung gezogen werden. Fast jede Nacht und bei jedem Wetter ist der Wilderer hier unterwegs. Die Familie traut sich im Dunkeln kaum noch auf die Straße. Nachts, dann steht man, man hört dann ein Auto oder weiß ich, wie auch immer. Und dann stehst du dann, steigst aus dem Bett und dann schaust du hier rauf, ob hier Licht ist oder so, ob du eine Taschenlampe liest. Und dann denkst du, wenn du so hinter dem Fenster stehst, oh, wenn der jetzt gerade schießt und die Kugel verirrt sich genau, das Haus ist ja genau hier drunter. Und hier hat er kein Kugelfang. Das geht direkt voll in den Hof rein. Der Fremde pirscht hier sogar tagsüber herum. Die Anwohner bringen ihre Kinder jetzt nur noch mit dem Auto in die nahegelegene Schule, erfahren wir. Die Heimes wollten sich schützen und stellten auf Anraten der Polizei Wildkameras rund um das Gehege auf. Mit Erfolg. Der Wilderer konnte zu unterschiedlichen Uhrzeiten fotografiert werden. Jetzt könnte man ihn doch eigentlich schnappen, dachten die Heimes. Aber... Es läuft hier eine ganze Nacht mit der Waffe rum. Und das kann doch nicht sein. Die Polizei ist so was von kitzelig. Wenn ihr die Zeitung aufschlägt, dann rühmen sie sich damit, dass sie in einer Nacht in der Altstadt in Köln und in derselben Nacht in der Altstadt von Düsseldorf, dann sind da, ich sag jetzt mal, 120, 120 oder 125, 110 Personen entwaffnet haben. Entwaffnet haben Messer, die klingen länger wie sieben Zentimeter, ja. Und dann haben sie zwei Schreckschusspistolen, haben sie, ja. Und hier läuft einer mit so einer Waffe rum und da wird nicht geforscht. Da wird nicht geforscht. Obwohl das alles, wer steht da wohnt und da kommt er aus dem Haus, ja. Und da wird nichts getan. Wir könnten ihnen da noch andere Dinge erzählen, wie der Hubschrauber hier war, Paul, ja. Wo er Bescheid gekriegt hat in Leverkusen auf seinem Handy, hier, der ist wieder da. Es gab sofort eine große Polizeiaktion, aber den Gesuchten konnte man nicht greifen. Und dann ist der Hubschrauber gekommen, ja. Und dann hat der Hubschrauber hier Stunden gekreist. Und dann hat ein junger Jäger, der hat oben hoch am Parkplatz, da hat der gestanden, hat der dann auf der Wache Bescheid gesagt, die Polizisten, die vielen Polizisten sollten sich doch mal hier runter machen, der ist wieder auf der Kamera. Trotz Hubschrauber, trotz Hubschrauber, trotz 30 Polizisten ist der wieder auf der Kamera. Ja. Unmöchig, unmöchig. Doch die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren ein. Das alles seien reine Vermutungen, hieß es. Das Ermittlungsverfahren ist eingestellt worden, weil ein Täter nicht ermittelt werden konnte. Aufgrund der Qualität der Aufzeichnungen ist eine Identifizierung der Person nicht möglich. Es handelt sich vielmehr um reine Vermutungen. Zehn Monate später ist der Wilderer immer noch aktiv. Und die Staatsanwaltschaft nimmt die Ermittlungen wieder auf. Ja, man weiß ja nie, was der im Kopf hat. Und vor allen Dingen, wenn der so, sag ich mal, in ne Zwangslage ist, ja, wie er dann reagiert, ne. So wie das in Kusel auch war, ne. Die hätten ja wahrscheinlich keinen Menschen erschießen wollen. Mit dem Vorsatz sind die ja nicht gegangen. Ja, aber die waren so in der Enge getrieben, um ihr eigenes Fell zu retten, ne. Haben die geschossen und dann ist eben sowas passiert. Oktober 2022. Längst sollte der Prozess zum Polizistenmord beendet sein. Aber die Verteidigung hat ihn mehrmals verzögert. Bei den Jägern in Ulmet hat die Habstjagd begonnen. Es wird viel geschossen. Doch man sei nach der furchtbaren Tat jetzt viel wachsamer, findet Kreisjagdmeister Klink. Die Jägerschaft ist viel sensibler geworden. Wir passen also auf. Wir gucken jetzt, welche fremden Autos fahren bei uns da in den Revieren rum. Wir hören jetzt auch mal auf Schüsse, wo also nicht ganz klar sind und telefonieren dann, wer das gewesen sein könnte. Das ist immer so. Wenn mal was vorgekommen ist, ist man immer schlauer und reagiert dann drauf. Reporter Georg Alther auf dem Weg in die Redaktion. Er zieht eine erste Bilanz. Das Gericht habe 115 Zeugen und 13 Sachverständige gehört, sagt er. Die Polizei habe schnell und gründlich ermittelt. Der Hauptangeklagte habe beim Gericht keine Pluspunkte gesammelt, glaubt der Reporter. Er habe keine Reue gezeigt, sich als Vollstrecker gerühmt und sich im Knast sogar Cop-Killer, Polizistenmörder nennen lassen. Also mein Eindruck ist, er ist sehr von sich eingenommen, ist selbstbewusst, fast bis zur Arroganz, prallt im Gericht. Er erzählt ständig, welcher guter Schütze er ist, dass er alle Tiere mit Kopfschuss tötet, dass er immer trifft, prallt mit der Beute, tritt sehr selbstbewusst auch dahingehend auf, dass er selbst Zeugen vernimmt, das ist ja normalerweise eher so die Aufgabe der Verteidigung, aber er befragt selbst Zeugen und vernimmt die. Er tritt vor den Richterstuhl und breitbeinig, fährt die Arme aus, auch drängt Zeugen ab. Also er ist schon ein sehr von sich überzeugter Mensch. 30. November 2022, Tag der Urteilsverkündung vor dem Landgericht Kaiserslautern. Georg Alther ahnt, es wird heute keinen milden Richterspruch geben. Ob Andreas S. jemals wieder freikommt? Seine Tatversion, er habe in Notwehr geschossen, wird von den Gutachten widerlegt. Nach 20 Verhandlungstagen und vielen Verzögerungen verkündet das Schöfengericht sein Urteil. Die 4. Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern hat die beiden Angeklagten heute wie folgt verurteilt. Und zwar zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe, wobei die Kammer eine besonders schwere der Schuld des Angeklagten S. festgestellt hat. Lebenslänglich wegen zweifachen Mordes für Andreas S. Florian V. wird zwar wegen Beihilfe zur Wilderei verurteilt, als Kronzeuge aber nicht bestraft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung hat Revision eingelegt. Doch für Georg Alther steht fest, Andreas S. ist der Mörder. Es handelt sich um einen kaltblütigen Menschen ohne Emotionen. Das heißt, wenn er Emotionen hier gezeigt hat im Gerichtssaal, dann war es in den Passagen oder in den Verhandlungsphasen, in denen es um die Jagd ging. So, da hat man gemerkt, da ist er dabei, das interessiert ihn, da will er erklären, wie das geht, wie das funktioniert, wie er schießt, wie man welche Waffe handhabt. Aber ansonsten doch relativ emotionslos während des gesamten Prozesses, ja. Also man merkt nicht, dass ihn irgendwas berührt. Er hat ja auch nie Reue gezeigt oder Mitgefühl oder sowas in der Art, was man eigentlich erwarten würde in der Situation. Ein Wilderer sitzt hinter Gittern. Doch die illegale Jagd geht weiter. Die Behörden sind oft machtlos gegen die heimlichen Schüsse im tiefen Forst. Wildern hat nichts mit Abenteuer und Herausforderung zu tun. Es lässt Tiere unnötig leiden, beschädigt das Image der seriösen Jäger und es bleibt ein gefährliches Spiel mit der Gewalt, das jederzeit außer Kontrolle geraten kann. Wildern hat nichts mit Abenteuer, das jederzeit außer Kontrolle geraten kann. Wildern hat nichts mit Abenteuer. 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 Vielen Dank.